Grüß Gott, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in fürchterlichen Zeiten. Fachkräftemangel, Ressourcenknappheit, Klimanotstand und, das Wichtigste, überall Rechtspopulisten. Bald wird uns der Himmel auf den Kopf fallen. Anführungszeichen, wir retten gemeinsam die Erde. Zuerst aber retten wir Deutschland von den erstarkenden politisch rechten Horden, vor allem in den neuen Bundesländern. Im August 2018 hatten wir in Chemnitz nach dem tödlichen Messerstecher-Einzelfall Nummer XXY angeblich Zusammenrottungen. Wir hatten angeblich Hetzjagden auf Menschen, anderen Aussehens, anderer Herkunft, wie man auf den Videos sehen konnte. Und das hat genau so der Herr Seibert gesagt. Auch die Frau Bundeskanzlerin erklärte gleichlautend, wir haben Videoaufzeichnungen, dass es Hetzjagden gab und Zusammenrottungen. Diese offensichtlich falschen Tatsachenbehauptungen wurden weiter aufrechte gehalten, als auch der sächsische Ministerpräsident schon sagte, klar ist, es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab keine Progrome. Und das Gleiche hat ja der Herr Maaßen auch gesagt. Viele Medien haben die Darstellungen des Herrn Seibert und der Frau Merkel ungeprüft und einfertig übernommen und breit publiziert. Diese Regierung hat es für wahr weit gebracht auf der nach unten offenen Skala. Ich sage Ihnen, es ist nicht legitim, Ex-DDR-Bürger zu deutschen zweiter Klasse, die man beschimpfen kann und in aller Welt verunglimpfen kann, nur weil diese eine andere politische Meinung haben. Es ist eine Missachtung des Parlaments, wenn Sie, Herr Seibert, geschlagene sechs Monate Zeit benötigen, um auf eine Große Anfrage einer vom souverän gewählten Fraktion zu antworten. Es ist eine Frechheit, wenn Ihre Antworten auf unsere Große Anfrage letztlich nur eines ausdrücken, man habe sich auf die Berichterstattung der Medien bezogen. Ich fordere Sie auf, Herr Seibert, treten Sie von Ihrem Amt zurück. Frau Merkel, Sie haben kürzlich in Harvard eine Rede gehalten. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten. Sie sagte, dazu gehört, dass wir Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht lügen. Frau Merkel, Sie treiben vor der Weltöffentlichkeit einen Spaltgeil in das eigene Volk. Statt Politik für die Bürger, für alle Bürger zu machen, hetzen Sie die Bürger gegeneinander auf, ohne eigene Ermittlungen gegen den Ermittlungsbefund der Polizei und der freien Medien. Wir haben in Deutschland und in der EU demokratisch hochzweifelhafte Fake News und Hate Speech Konzepte. Und unsere Regierung produziert am laufenden Band selber Hate Speech und Fake News und gegen das eigene Volk gerichtet. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Das ist Corrigé la fortune, also Falschspielerei. Und es ist in Wirklichkeit ein skandalöses Ablenkungsmanöver. Denn in Wirklichkeit war es so. Lasst uns doch lieber nicht über die bedauernswerte X der Opfer in unserem Land reden. Reden wir lieber über das Pack, das uns wegen seiner widerständigen Meinung ohnehin ein Dorn im Auge ist. Sie sagen in Harvard, Frau Merke, es gehört dazu, dass wir Missstände nicht als unsere Normalität akzeptieren. Nein, wir akzeptieren nicht die von Ihnen zu verantwortenden Missstände, nicht als Normalität. Wir wurden gewählt, um sie aufzufordern. Treten Sie zurück, räumen Sie Ihren Platz und zeigen Sie endlich Verantwortung. Verschonen Sie uns mit Ihrem seltsamen, sehnenlosen Saal Baden über multilaterale, multikulturelle, globalistische, internationalsozialistische One-World-Phantasmen und irrationale und undurchsichtige neue Weltordnungen. Dankeschön. Applaus 1 2 3